Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part, Werewolf the Apocalypse, dann wollen wir mal weitermachen. Oh oh, ich muss da hinten hin, ne? Da drinnen, ne? Oh. Ups, dich hab ich gar nicht gesehen. Ich dachte schon. Ups, dich hab ich ja komplett vergessen. Ups, dich hab ich ja komplett vergessen. Ups, dich hab ich ja komplett vergessen. Ok. Ich mein, ich muss trotzdem da rein. Dann eben so. Naja. Hauptsache, wir sind draußen, ne? Ok. Selbst aus Pilzen. Ich mein, ist gar, ja, aber... Die Pilze gehören ja schließlich auch dazu. Warte mal. Ja, ok. Ich dachte, ich kann hier vielleicht irgendwas machen. Auf, lach mal. Dann sammle ich mal, nö? Hm. Ok. Dann war das für die Pflanze. Hier ist zumindest keine Pflanze. Auch nicht zum Lesen, nicht zum Interagieren. Also können wir weiter. Das war ein bisschen, äh... Zu spät. Zu spät. Das war's für heute. Oh ja. Das war's für heute. Ups. Hier. Ein bisschen länger hier. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist. Aber gut. Das heißt zumindest, dass sie in Sicherheit ist. Bleib doch in der Wolf-Form, dann kannst du auch schneller rennen. Meine Güte. Meine Güte. Da haben wir noch zwei, die runtergerattert. Kann auch sein, dass wir die Sidequests gleich wieder kriegen. Ich hoffe es doch. Na ja. Sehen wir ja gleich. Ähm, wo bin ich denn jetzt? Sollten wir nicht schon draußen sein? Ah ja. Sidequests haben wir noch. Ah ja. Sind wir doch noch nicht draußen? Oh. Ähm. Ja. Ach, da komm ich auch durch. Kann mir nichts rumliegen? Okay. Dann gehen wir mal. Na ja, hier war vorhin auch schon nichts, ne? Und hier ist nichts mehr? Warte mal. Vielleicht hier vorne? Ne? Okay. Na ja. Das klappt ganz gut. Der Wolf kann sehr hoch springen. Ich hoffe, die haben die Leiche noch nicht verbracht. Ja, ich hoffe ihr habt noch nicht, ne? Ne, wir haben noch einen Geist zu beruhigen. Okay, warte. Ah, er kann auch sehr hoch springen. Hier waren wir, glaube ich, vorhin schon drin. Also auch von der Seite mal nicht. Ich rede mal kurz mit ihr. Oh gut, doch gucken wir uns das mal an. Er? Tja. Oh! Cahal? Oops. Ja, das ist klar Nein, das stimmt Ja, das stimmt Okay Ja, ist in Ordnung Ja, das stimmt Ja, das stimmt Ja, das stimmt Ja, das stimmt Ja 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 Dann Ja 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 Ah ja. Ah ja. Ja. Mhm. Ja, ja. Alles gut. Ich versuche mal ein bisschen einfühlsam zu sein. Ich will sie ja nicht gleich wieder vergraulen. Wenn ich rechthaarbarisch spürke. Moin. Ich bin's wieder. Ah, hab ich gemerkt. Naja. Nee. Ja. 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 Mhm. Hm. Oh ja. Mhm. Mhm. Naja, hier wär ein Werwolf der, ne? Der vielleicht, äh, das hinbekommen könnte. Mhm. Wir sind sehr fürsorglich. Ja, das hoffe ich auch. Okay. Ich bin jeweils Wolf unterwegs. Ich weiß nicht, wieso. Alleine, dass ich die Möglichkeit habe, dass wir uns verwandeln können. Oh, hier ist noch einer. Das habe ich gar nicht gesehen. Das war keiner von denen, ne? Oh, hier ist noch eine große Herausforderung. Und ihre Sicherheit ist voll mit Hohlen. Es ist die perfekte Zeit für den Angriff. Wir verletten drei Teams. Sie, zwei nehmen die Norden. Ich, Joe und Ryan nehmen die Süd. Alex, Danny, Quinn. Sie, drei haben eine Diversion nach der Norden. Ah. Nein. Na, wie geht's dir? Alles wie der Tutti? Ja. Ich denke, sie haben die richtige Idee. Wenn wir die Endrin aus dieser Region versuchen, sie werden einfach weiterentwickeln. Es ist Zeit für eine Decisive Blow. Wir folgen Ava und Adonis' Plan. Wir attacken die damen, um die Gefängnis zu schützen. Ich will Sie, um die Inkursion zu führen. Sie koordinieren mit Ava und Adonis over comms, und Sie können sie mit der damen zu bekommen. Ava gave mir die Runde. Aber wenn ich eine Einzelne Alarm einst, die Dinge sehr gefährlich werden, sehr schnell. Ich weiß. Wenn Sie sich etwas verabschiedet haben, dann wird die Tankgirl auf der damen, bevor Sie wissen, was Sie wissen. Also, während Sie durch den Inzigen der damen, ich werde eine Diversion auf der Außen. Das sollte ihre Atenung von Ihnen halten. Und selbst wenn jemand die Alarm auf der damen, die Tankgirl hat keine Ahnung, warum Sie wirklich da sind. Gut. Du kannst auf mich counten. Excellent. Okay. Na dann. Wir werden bestimmt dann da vorne auch gleich den fünften Geist treffen, ne? Ah. Ach stimmt, da sind wir vorhin langgegangen, ne? Da vorne ist noch jemand? Wir brauchen ja nur noch eine Seele. Aber in die Kamera, glaube ich, gar nicht ran. Oder? Warte mal, ich bin so schneller unterwegs. Da guckt er. Hm. Weil diese Blöden fliegen. Sind Anderwan dabei, mich hier, äh, durcheinander zu bringen. Ne, das ist nicht das, wo wir eben gewesen sind, ne? Oh, warte. Was ist das hier? Ah. Oh, drei schon? Ernsthaft? Ne, einen, ne? Ah, doch da oben drei. Ach, jede Güte. Ähm. Komm. Das können wir gut gebrauchen. Was ist das hier? Was ist das hier? Auch Gaia? Ja. Cool. Aber mal drauf achten. Aber wo ist der letzte, äh, von den, Wolfsgeistern? Da oben waren wir noch nicht. Wie komm ich denn da hoch? Hier vielleicht? Oder soll ich da gar nicht hoch? Noch nicht. Ne, sieht nicht so aus. Ey, mal gucken. Hier irgendwo soll noch, äh, ne Wolfszähle rumliegen. Und wir haben immer noch das hier. Auch wenn er manchmal Probleme hat, sich damit zu connecten. Aber wo ist denn der letzte Wolf? Hätte ich den doch schon im Camp finden können? Ich hab gedacht, weil wir noch nicht alle Gänge haben. Das ist ja deswegen, äh, ne? Dass er hier irgendwo liegt. Vielleicht liegt er ja hier unten. Ich weiß nicht. Genau. Ähm. Achso. Also, wir haben noch die Möglichkeit, ne? Warte mal. Ich wollte gerade sagen, da drin war ich noch nicht. Ich mein, es ist ein bisschen nervig, die ganze Zeit die Sicht zu haben, aber... Wo ist denn der letzte von denen? Da unten ist ja schon der Damm. Muss doch hier irgendwo sein. Das haben wir schon gelesen. Was ist hier? Ah. Ne, doch nicht. Schade. Ich muss doch irgendwo noch der fünfte sein. Hier ist das Dings. Ich mein, wir haben jetzt mehr Möglichkeiten rumzulaufen. Das macht's dann natürlich nicht einfacher, hier irgendwen zu finden. Gleift der Bär mich an? Oder weiß der? Okay. Der tut mir nichts. Kann ich hier runter? Hier so... Achso, da waren die. Ah, da ist... Da ist jetzt ein Bär. Haben da nicht vorhin noch die beiden Leute? Oder war das woanders? Ah, da ist noch was. Das war nicht das, was ich gesucht hab, aber... Besser als nichts? Besser als nichts? Besser als nichts? Besser als nichts? Die stehen jetzt da. Warte mal. Warte mal. Ne, da geht's nur wieder zurück, ne? Zum Bären, ne? Ja. Okay. Oh, warte mal. Hm. Hm. Okay. Ah ne, warte, ich muss ja da lang. Oh, warte mal. Leicht zu übersehen? Wir sind jetzt wieder hier. Das muss doch hier irgendwo sein. Warte mal. Warte mal. Äh, wo sind wir denn durch? Hier, ne? Hier hab ich ja die anderen... ...gefunden. Oh! Hatte ich dich noch nicht? Aber die hatte ich doch schon. Ja, die hatte ich schon. Die hatte ich schon. Was ist da oben? Ist ja doof ohne die Leichen. Hm. Aber wo bist du? Wo ist er denn? Wo ist der letzte Geist? Ach, da sind die beiden oben. Das war gar nicht da. Ähm. Okay. Ansonsten muss ich gleich mal gucken. Ich möchte die Sidecrest noch haben. Wenn die noch geht. Moment. Weil sekundäre Ziele, ne? Laptop geht zu schwer auf. Das will ich jetzt wissen. So. Warte. Einmal eingeben. Ah, ja. Ich muss mal kurz den Ton ausmachen. Sonst stört der nämlich. Äh. 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 Erste. Von. Fünf. Seelen. Okay. Okay, warte. Äh. Krieger. Okay, äh. Mach ich mal besser anders. Ach komm. Ernsthaft. Warte. Äh. Beruhige die Gäste der gefällenden Krieger. Da haben wir's. Äh. Wenn man die abschließt. Weil wir brauchen halt wirklich nur noch einen, ne? Okay, warte. Ja. Okay. Äh. Warte. Steht da wirklich nur, wie man das macht und dann, also die Frage und, äh, aber nicht, wie man's macht? Ernsthaft? Ernsthaft? Wie man die findet? Und dann? Nichts. Come on. Ernsthaft? You're kidding me, oder? You're kidding me, oder? Äh. Äh. Neemissionen geschrieben. Ach komm. Ähm. Oh, danke. Das hilft mir sehr. Ja, äh. Ja, äh. Neemissionen ist, äh. Du musst die finden. Und, und ja, wenn du die gefunden hast, dann, äh. Super. Klasse. Aber wo find ich die? Ihr seid echt, echt lustig. Krieger Fundorte. Oh, tja. Ja, ist das das? Ich glaub nicht. Aber gut. Ich guck mal eben. Äh. Lad doch mal. Ich weiss, da waren auch noch welche? Ah, okay. Ey. Das bringt mir nur grade gar nichts. weil irgendwie sagen die also du musst ja hier die finden und ja wie sagen sie nicht es ist nicht diskutabel hier gefunden ich habe noch gerade noch gesagt ich finde die nicht und blabli blub und ja gefunden gegen stein gerannt na okay aber da war noch was oh ja ah die kriegen jetzt die quest einen haben wir schon gefunden glaube ich ich glaube einen habe ich schon gefunden jetzt muss ich mir kurz überlegen wo ich glaube das war hier raus dem bären wo ich noch gesagt habe oh ja der ist ja ganz lüb und so war der hier? irgendwo? nee hier war er nicht hier war die nächste mission warte mal warte mal ah hier ging es mir rein ähm warte 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 der war irgendwie bei einer anderen richtung raus ne war die hier lang? ich glaube der war hier lang ne hier war doch irgendwo der Bär der Bär der Bär ich habe doch gesagt wie friedlich der ist nach da vorne oh ja ist der erste? cool aber wo sind die anderen? und wer sind die anderen? ich glaube kaum dass das auch weiter Bären sind werden bestimmt noch andere Tiere sein Eichhörnchen? keine Ahnung war jetzt geraten aber wäre ganz schön fies ne? wenn wir so ein kleines Wesen finden müssten ich meine aber den Bären haben wir vorher auch schon gesehen ne? nur dass ich da noch nicht Bescheid wusste au wir werden die anderen bestimmt auch noch finden aber ich glaube nicht mehr in diesem Part wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder bis dann bye bis dann Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.